Am 24. März diesen Jahres fand der 34. City-Lauf in Dresden statt. Die Stadt hat immer wieder neu ein tolles Ambiente, das auch der Laufveranstaltung einen besonderen Reiz gibt. Vor den historischen Gebäuden am Terrassenufer ging es in einem 5 km Rundkurs zweimal mitten durch die Stadt. Unser Vereinschef wurde von Lenny, dem Maskottchen des Laufes, herzlich empfangen. Obwohl wir ein eher kleiner Laufverein sind, konnten wir gute Platzierungen erringen. Ein schöner Lohn für den täglichen Trainingsfleiß. Manuela gewann den dritten Platz in ihrer Altersklasse. Maik war ebenfalls siegreich mit dem dritten Platz in der Altersklasse der Männer. Auch in der nächstfolgenden Altersklasse der Männer ab 1935 holte Markus den dritten Platz. Den ersten Platz der Landesmeisterschaft der Männer, 55 Jahre belegte Jürg. Das sind beeindruckende Ergebnisse bei über 1300 Stadtern. Herzlichen Glückwunsch! 6, 4, 5 km 5, 6, 3, 2, 1, jóvenes LINK 1,2, 1,2, 1,2, 1 1,2, 1,2, 1,2, 1,2 struckmar flerinifisch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.